Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und was braucht man dafür? Richtig, den Turbo-Bier Adventkalender. Dieser wunderschön weihnachtlich dekorierte Adventkalender besteht aus 24 Dosen Turbo-Bier, die an der Unterseite durchnummeriert sind. Für jeden Tag eine. Darüber hinaus findet ihr im Adventkalender Bierdeckel, weil keiner trinkt gerne Lannich, Pickel eurer Lieblingspartei, ein Fähnchen, passend zu eurer Fahne, etwas Geld, Schotteni, und dieses handsignierte Bierpartei-Poster. Der Turbo-Bier Adventkalender, ab sofort im Turbo-Shop. Ho, ho, ho!